Ho-oh! Und denk dran! Ja, ich weiß, das Lehrerzimmer. Okay, wo ist sie? Sie ist in einem der Klassenräume. Hallo, Stefan? Tut mir leid, dass ich dich so unvorbereitet anrufe, aber es ist wichtig. Ja, sie telefoniert schon. Ähm, also, jemand ist auf mich aufmerksam geworden. Und er meint, ich verdiene etwas Besseres und verspricht mir eine große Zukunft. Verstehst du? Oh, es funktioniert, es funktioniert! Also, ich mag dich wirklich sehr und es fällt mir nicht leicht, mich von dir zu trennen. Aber ich muss weiterkommen. Wenn du meine Karriere ein bisschen besser in den Griff bekommen würdest, wärst du ein wirklicher Schatz. Oh nein, es läuft gar nicht gut. Und in dem Fall würde ich natürlich bleiben. Ähm, ja, warum? Warte, nein, das wollte ich damit nicht sagen. W-was? Du weißt nicht, was du damit verlierst, mein Guter? Und? Ich hätte auch mehr Alben verkauft, wenn du deinen Job besser gemacht hättest. Das war's, du Idiot! Sie hat aufgelegt, sich umgedreht und mich angesehen. Was machst du hier? Och, ich bin zufällig vorbeigekommen und hab dich gesehen. Läuft's nicht gut mit diesem Stefan? Das war mein Manager. Dieser Idiot hat schon seit mehreren Monaten damit gedroht, meinen Vertrag zu kündigen, weil sich mein Album nicht so gut verkauft. Und wegen meinem Karack... Wegen Dingen, von denen du keine Ahnung hast. Dann hast du also keinen Manager mehr? Hör auf zu grinsen. Ich hab einen viel besseren gefunden. Ich hab also rein gar nichts verloren. Ah, okay. Ich kann's nicht glauben, es hat funktioniert. Sehr cool. Hallo, spack nicht rum. Mach weiter. Ha? Ich gehe lieber schnell, bevor sie noch etwas ahnt. Geh her. Schön. Gibt's nicht im Forum auch noch so ein kleines... Ding, sie für Rechtschreibfeder? Nachdem das geklappt hat, frage ich mich, wie wir ihr zu verstehen geben sollen, dass sie in die Falle getappt ist. Hey, Vorsicht! Steh nicht so vor der Tür rum. Ich hätte dich fast umgerannt. Mist. Ich bin zur Seite gegangen, um sie vorbeizulassen. Du! Rosalia? Was hast du denn? Oh. Wer hat dir erlaubt, meinen Freund anzupassen? Ich warne dich! Solltest du noch einmal wagen, ihn anzurühren, wirst du es bereuen. Dein Freund? Aber ich hab mich deinem Freund nie genähert. Ich wusste nicht mal, dass du einen hast. Ich hab dich doch dabei beobachtet! Also mach dich nicht lustig über mich! Du spinnst doch, Rosalia! Ich hab doch nicht... Äh, aber was? Sie ist einen Schritt zurückgegangen und hat etwas hinter Rosalia angestarrt. Rosa, bitte, beruhige dich. Das wusste sie doch nicht. Sie... Sie kennen sie? Oh, langsam fängt sie an, alles zu verstehen. Natürlich kennen wir uns, das ist mein Freund. Dein Freund ist Manager? Nein, er hat ein Modegeschäft. Was? Aber sie haben mir doch gesagt, dass... Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, aber laut meinen Freunden verdienst du eine kleine Lektion. Eine Lektion? Sofort hat sie sich zu mir herumgedreht. Eine Lektion, was? Oh, das riecht nach Ärger. Lauf! Die Tür vom Lehrerzimmer stand offen. Es war niemand dort. Endlich sind wir beiden allein. Deborah ist hereingekommen und hat die Tür hinter sich geschlossen. Und? Hast du dich gut unterhalten? Wegen dir habe ich einen Vertrag verloren. Weißt du eigentlich, was es bedeutet? Ich war nicht allein. Freu dich nicht zu früh. Selbst wenn ich meinen Manager verloren habe, finde ich bestimmt schnell einen neuen. Ihre Stimme zittert vor Wut. Wenn ich der Erste wegen der schlechten Verkaufszahlen nicht mehr wollte, würde ich auch kein anderer wollen. Aber jetzt habe ich Castiel. Die Lage hat sich also geändert. Bis jetzt hast du niemanden. Er hat sich schließlich auch noch nicht entschieden. Du blöde Flütze. Edge. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dieser Idiot glaubt sowieso alles, was man ihm sagt, wenn man ihm dabei tief in die Augen schaut. Er ist schlimmer als all die anderen Trottel hier auf der Schule. Er wird mit mir kommen. Und mir mit seinem Talent und seinem Stil helfen, meine Karriere wieder auf Vordermann zu bringen. Und sobald das geschafft ist, brauche ich nur nochmal das gleiche Theater zu spielen wie vorher. Das gleiche Theater? Du willst ihn dann wieder hängen lassen, oder was? Natürlich! Es ist schließlich nur Platz für einen im Scheinwerferlicht. Also Kleine, freu dich nicht zu früh. Die ganze Schule frisst mir aus der Hand. Und du und deine idiotischen Freunde werden mich bestimmt nicht davon abhalten. Ich habe nichts verloren. Und ich werde auch nicht verlieren. Du musstest mich aber nicht hier einsperren, um mir das zu sagen. Warum hast du mich verfolgt? Weil du meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr auf deiner Sache beharrst. Seit ich dir meine Geschichte erzählt habe, versuchst du mich in die Falle zu locken. Und beinahe hättest du es geschafft. Wenn ich keinen Plan B gehabt hätte, säße ich jetzt blöd da. Ich muss also sicher gehen, dass du dich nicht mehr gegen mich stellst. Und wie würdest du das anstellen? Bisher musste ich noch nie auf das äußerste Mittel zurückgreifen. Aber du lässt mir keine andere Wahl. D-das äußerste Mittel? Willst du mich etwas schlagen? Ups. Jetzt randaliere ich hier schon. Oh Gott. Ähm, das äußerste Mittel? Willst du mich etwas schlagen? Tu das besser nicht. Dieses Mal würde dir sowieso niemand glauben. Nicht, wenn ich mich dabei auch verletze. Ich werde sagen, dass ich mich nur verteidigt habe. Schließlich glauben alle, dass du mich schon einmal angegriffen hast. Sie hat sich mir genährt. Bleib stehen! Was ist das denn? Auf dem Schreibtisch hinter den Sesseln blinkte ein... Ein Ein? Auf dem Schreibtisch hinter den Sesseln... Blinkt da ein kleines rotes Lämmchen. Genau neben dem Mikro, das die Direktorin für ihre Lautsprecherdurchsagen verwendet. Das hatte Nathaniel also vor. Er hat den Lautsprecher im Lehrerzimmer eingeschaltet. Hm, nein! Sag mir, dass das nicht wahr ist! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bin schnell geflüchtet. Ha! Weg! Weg, weg, weg! We have to run somewhere! Wo müssen wir denn jetzt hin? Hallo? Debra hat nach meinem Arm gegriffen. Du Gemeines! Du wusstest davon! Lass mich los! Du tust mir weh! Wie konntest du es wagen? Sie hat ausgeholt, um mir eine Ohrfeige zu geben. Aber in dem Moment hat jemand nach ihrem Arm gegriffen und sie davon abgehalten. Kastiel! Ein Idiot, was? Kastiel! Wusste ich doch! Wusste ich doch! Du hast mich gehört, Kastiel? Es ist nicht so, wie du denkst! Ha ha ha! Es hat noch gar nicht so... Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Valkyria dasselbe gesagt. Aber sie hatte wenigstens einen Grund dafür, mich als Idioten zu beschimpfen. Dankeschön! Schön, dass du das einsiehst, mein Freund. Warte! Das war nur ein Scherz! Sie hat sich so bemüht, mich als gemein darzustellen. Deshalb habe ich auch Spaß so getan, als wäre ich wirklich gemein. Du kleines, verlogenes Flittchen. Es reicht jetzt, Deborah. Wir haben alles gehört. Wir haben alles, alles gehört. Glaubst du wirklich, unsere Schule besteht nur aus Idioten? Aber natürlich nicht. Das war nur ein Scherz. Du weißt genau, wie sehr ich dich mag, Viola. Aber ihr werdet doch wohl nicht... Warum glaubt mir denn niemand? Nach allem, was wir zusammen erlebt haben, zweifelt ihr an mir, nur weil ich mir einen kleinen Scherz erlaubt habe? Ich habe aus einem sehr viel dümmeren Grund an Valkyria gezweifelt. Iris. Sie wirkt sehr traurig. Kastiel, bitte glaubt mir. Ja, mein Kätzchen. Ich glaube, es wird Zeit, dass du von hier verschwindest, Deborah. Und zwar endgültig. Seine Stimme ist so eisig, dass es mir kalt den Rücken runterläuft. No. Warmes Biest. Puhu. Ich wollte doch nur... Was wolltest du nur? Ach, guck an. Jetzt sind die Tränchen verschwunden. Jetzt merkt sie wahrscheinlich gerade, dass es keinen Sinn mehr hat. Ne? Also, was wolltest du nur? Es war nur ein Scherz. Ich. Oh. Bubu. Sie ist heulend weggelaufen und dieses Mal waren die Tränen echt. Alle Schüler hatten sich versammelt und hörten nicht auf, über Deborah zu sprechen. Ich habe nach Kastiels Blick gesucht. Er hat mich traurig angesehen und ist gegangen. Ja, komm, ich gehe zu ihm. Wo bist du? Cassie? Castiel? Die Tränen tun alle wohl nicht. Kastiel. Ah, Iris. Wie geht's? Das war sicher ein großer Schock für dich, oder? Oh ja. Jetzt lässt sich wenigstens niemand mehr von diesem Mädchen einwickeln. Das ist doch gut, oder? Ja, entschuldige mich. Ich glaube, ich habe etwas im Keller vergessen. Sie ist schnell weggegangen. In die entgegengesetzte Richtung des Kellers. Mist. Ich dachte, jetzt würde alles gut, aber es sieht nicht so aus. Dabei wissen jetzt alle, dass ich nichts getan habe. Ach, Mann, oh. Kann mir mal einer sagen, wo Castiel ist? Castiel? Hallo? Alles in Ordnung, Viola? Was für eine Geschichte, oder? Hm. Hey. Ich heule deswegen nicht. Es ist gar nicht schlimm. Du wusstest schließlich nicht, was sie getan. Äh. Du wusstest schließlich nicht, dass sie gemein ist. Ich, ich. Ist, ist losgelaufen. Ich habe das Gefühl, je weiter wir kommen, desto mehr Rechtschreibfehler sind hier in den Episoden. Sie ist losgelaufen, ohne noch irgendetwas zu sagen. Oh je, selbst Viola geht mir aus dem Weg. Ich verstehe gar nichts mehr. Was habe ich denn diesmal falsch gemacht? Es war zwar nicht so genial, wie meine Nummer mit dem Wassereimer auf Debras Kopf, aber ich muss schon zugeben, das mit dem Lautsprecher war eine gute Idee. Danke. Hä? Seit wann macht Amber denn Komplimente? Kein Grund zu übertreiben. Ich sage, dass, weil mein Bruder mir erzählt hat, dass es eine... Äh. Kein Grund zu übertreiben. Ich sage, dass, weil mein Bruder mir erzählt hat, dass es seine Idee war. Er ist ganz schön genial, wenn er will, nicht? Ich dachte schon. Hä? Ach so, das. Ich wollte gerade sagen, so teilweise war es ja Rosalias Idee, aber okay. Ah, Kim. Ich werde es diesmal anders versuchen und nicht von Debra sprechen. Sag mal, hast du vielleicht Castiel gesehen? Ich suche ihn schon eine ganze Weile. Ah, ähm. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Schade. Hä? Ich... Ich habe noch etwas zu erledigen, sorry. Kein Problem. Sie ist weggegangen. Ach, ich fühle mich genauso mies wie heute Morgen, als ich hier in der Schule angekommen bin. Dabei müsste es eigentlich das Gegenteil sein. Ach, Manu. Das wäre geschafft, oder? Wenn du wüsstest, wie glücklich ich bin. Das kann ich mir vorstellen. Und, haben sich die anderen wenigstens entschuldigt, wie es sich gehört? Nein. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, alle gehen mir aus dem Weg. Ich hätte gedacht, dass Iris, Viola und die anderen zu mir kommen. Aber wenn ich ihnen über den Weg laufe, stammeln sie nur etwas vor sich hin und verschwinden. Wirklich? Vielleicht brauchen sie noch ein bisschen Zeit. Sie waren sehr gut mit Debra befreundet. Oder aber es gibt ein ganz anderes Problem. Ich muss jetzt los. Ich habe etwas zu erledigen. Okay, bis später. Ich frage mich, was er wohl hatte. Dabei dachte ich, dass er mit mir reden wollte. Oh. Hallo. Und die Aktionspunkte schwinden dahin. Das darf doch nicht wahr sein. Wo steckt er bloß? Er kann auch nicht nach Hause gegangen sein. Dann hätte ich ihn auf den Hof sehen müssen. Ich habe ihn gefunden. Warte, Castiel. Kannst du mich bitte allein lassen? Ich habe keine große Lust, mit jemandem zu reden. Aber du solltest jetzt nicht alleine sein. Im Gegenteil. Genau das brauche ich jetzt. Er ist weitergegangen. Nö. Ich lasse ihn nicht in Ruhe. Warte. Ich habe ihn umarmt, um ihn festzuhalten. Okay, wo ist das Bild? Oh. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Ich glaube, ich lasse es einfach mal an und wir genießen es ein paar Sekunden. So, das war's. Weiter. Was machst du da? Geh nicht weg. Wenn man traurig ist, sollte man nicht alleine sein. Er hat sich nicht bewegt. Ich habe ihn einen Moment lang an mich gedrückt, bevor ich ihn wieder losgelassen habe. Das alles tut mir sehr leid. Er ist weggegangen. Seit Tagen hat er versucht, sich bei mir zu entschuldigen. Und jetzt hat er es getan. Borg, geht es ihm bestimmt besser. Oh Mist, ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. In fünf Minuten muss ich zum Nachsitzen. Okay. Hier vielleicht? Nicht? Dann nicht. Auf dem Flur ist niemand mehr zu sehen. Ich muss die Letzte sein, die noch da ist. Oh. Ich habe den Brief der Direktorin zu Hause liegen lassen. Und jetzt weiß ich nicht, in welchen Raum ich muss. So ein Mist. Ja, kommt ja nur A oder B in Frage. Aha. Da bist du ja. Ich war mir sicher, dass ich dich auf dem Flur gesehen habe. Du hast doch nicht etwa vor, das Nachsitzen zu schwänzen? Nein, natürlich nicht. Ich wusste nur nicht mehr, in welchen Raum ich gehen muss. Es ist der Klassenraum A. Ich komme gleich nach, warte dort auf mich in Ordnung. Ich habe Aufsicht. In Ordnung. Wenigstens macht nicht die Direktorin selbst Aufsicht. Die Agro-Oma. Mr. Phrase ist noch nicht da. Ich habe mich an einen Pult gesetzt und auf ihn gewartet. Da ging plötzlich die Tür auf. Was machst du hier? Ich muss doch nachsitzen. Erinnerst du dich nicht mehr? Wegen der Sache mit dem Wassereimer auf Debrass Kopf? Und man lässt sich dabei allein hier sitzen? Mr. Phrase hat gesagt, er würde gleich kommen. Verstehe. Wir müssen uns also beeilen. Beeilen womit? Er hat sich umgedreht und jemand vor der Tür ein Zeichen gegeben. Da ist jemand, der dir noch etwas sagen wollte, sich aber nicht getraut hat. Zu meiner großen Überraschung kamen plötzlich alle anderen in den Raum. Alter, wie viele Bilder es in dieser Episode gibt. Ach, guck an. Na, sieh mal einer, guck. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich auf die Entschuldigung von Melody verzichten. Ich mag sie irgendwie nicht. Ich kann nicht sagen, warum, aber die ist mir so herzlich unsympathisch. Ja, hallo. Was macht ihr denn noch hier in der Schule? Ich dachte, alle wären schon nach Hause gegangen. Lysander ist zu uns gekommen. Seit Debra ihre Ankündigung über den Lautsprecher gemacht hat, wusste ich nicht so recht, was ich dir sagen sollte. Da kam mir Lysanders Vorschlag zu Hilfe. Welcher Vorschlag? Dass wir alle zusammen zu dir gehen könnten. Aber warum solltet ihr zu mir kommen? Entschuldige. Entschuldige, dass wir nicht auf dich gehört haben. Ist es das, was du eben versucht hast, mir zu sagen? Wir haben es alle versucht, nur es ist gar nicht so einfach, sich zu entschuldigen, wenn man alles falsch gemacht hat. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Weißt du, wir kennen Debra schon eine Weile. Das hätten wir nicht von ihr gedacht. Das ist zwar keine besonders gute Entschuldigung, aber die einzige, die wir haben. Keine Sorge. Lysander und Rosalia haben mir das schon erklärt. Ich tue, was du willst, um das alles wieder gut zu machen. Hm. Nein. Das ist doch nicht nötig. Dann bist du uns also nicht böse? Wenn ich daran denke, dass ich dich im Stich gelassen habe, obwohl du immer so nett bist, finde ich das schrecklich. Außerdem musst du ohne Grund nachsitzen. Nein, keine Sorge. Ich dachte sogar, ihr wärt mir noch immer böse und war gerade... Boah. Und war bis eben immer noch traurig darüber. Wirklich? Oh, Valkyria. Sie hat ihre Zeichenmappe fallen lassen und mich umarmt. Es war das erste Mal, dass sie so überschwänglich reagiert hat. Wir sollten verschwinden, bevor Mr. Frace auftaucht. Bis morgen, Valkyria. Bis morgen. Alle haben sich verabschiedet und sind gegangen. Kurz danach ist Mr. Frace aufgetaucht und hat mir eine Sonderaufgabe gegeben. Aber nach dem überraschenden Besuch der anderen war das Nachsitzen gar nicht mehr so schlimm. Jetzt ist wirklich wieder alles in Ordnung. Oh Gott! Wir sind mit Episode 17 durch! Ui! Episode beenden! Yay! Also ich muss sagen, dafür, dass ich mich relativ gedrückt habe, davor diese Episode zu spielen, war sie gar nicht so schlimm. Ich fand die echt gut aufgebaut. Die war echt niedlich. Und es ist alles wieder gut. Es ist alles wieder gut! Wir sind wieder lieb Kind mit allen und wir haben, glaube ich, wirklich alle Bilder bekommen, die es in dieser Episode überhaupt gibt. Und ein guter Schnitt, finde ich. Also, nicht schlecht. Schade, finde ich, nur ein bisschen, dass wir Lucille nicht benutzen durften. Die hätte ich gerne verwendet. Aber, ja gut, es ist halt auch ohne Gewalt. Es hat auch ohne Gewalt funktioniert. Und ich glaube, da sollten wir uns auch glücklich schätzen. Und ich glaube, ich muss tatsächlich einen ausgeben, denn wir haben 444 Aktionspunkte gebraucht. Ganz genau. Also, ich muss einen ausgeben. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir haben insgesamt 135 Dollar verbraucht. Also einmal 100 für das Outfit und 35 für die Knabbereien, Kekse und so weiter und so fort. So, ich glaube, damit sind wir durch. Das Schlimmste haben wir soweit geschafft. Und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Episode weitergeht, wenn sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.